Wir feiern heute den ersten Uffenheimer Gottesdienst für Herrchen-Frauchen mit ihren vier Bayernern. Ich bin der Max von Egidi, ich bin der Dekan hier in Uffenheim, also der erste Pfarrer sozusagen. Und wir haben selber einen Hund in der Familie. In der Zeit gab es noch keine Bäume oder Sträucher. Es gab auch keine Tiere, die herumliefen, flogen oder schlampte und keine Menschen, die den Acker bepflanzten.